Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Da! Sie liegen an Papiers! Das schaffen sie nicht! Genau! Du musst sie zurücklassen! Hey! Tammel, fertig! Hey, Winston, was ist los!? Die Tore, sie schließen sich nicht! Los, wir verstecken uns! Theresa! Komm schon, lauf, lauf! Stop! Stop! Alles okay? Das ist der Los. Sie sind hier. Der Reber? Thomas, was machen wir jetzt? Lauf, lauf, lauf! Jeff, komm schon, lauf, 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 lauf! Hier rein! Leiter! Tag 1, Frischling! Raus aus den Federn! Was ist das hier? Weißt du deinen Namen? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Wer hat uns hergebracht? Wissen wir nicht. Was ist da draußen? Das Labyrinth. Jeden Morgen, wenn sich diese Tore öffnen, suchen die Läufer einen Weg nach draußen. Niemand hat bisher eine Nacht im Labyrinth überlebt. Was passiert mit ihnen? Wir gehören hier nicht her. Es wird Zeit rauszufinden, womit wir es hier zu tun haben. Alles hier hat sich verändert, seit du aufgetaucht bist. Ein Mädchen. Thomas! Warum sind wir anders? Was, wenn wir aus einem bestimmten Grund hier sind? Du bist nicht wie die anderen. Du bist neugierig. Aber wenn du hier bleiben willst, muss ich wissen, ob du die Regeln einhältst. Verschleifebe. Du bist nicht als ein oder dünneres Andreas, wenn du hier bist. Du bist nicht als ein Fynnst. Das war einanderer. Vielen Dank.